Malle ist nur einmal in der... Was ist denn da alles passiert? Was ist dein Lieblingsreiseziel? In Mallorca. I wanna meet you in the summer. Strand. Sonne. Meine Freundin. Meine Ex-Freundin. Und meine Freundin und Yassins Ex-Freundin. Also mein Lieblingsreiseziel im Sommer ist auf jeden Fall, als Single Ibiza vergeben natürlich die Malediven. Mallorca war auch nicht schlecht. Unser Mallorca-Trip war auch nicht schlecht, würde ich sagen. Was ist denn da alles passiert? Oh. Was ist denn da alles passiert? Was ist denn da alles passiert? Was ist denn da alles passiert? Was ist dein Lieblingsreiseziel? In Mallorca. Was ist dein Lieblingsreiseziel? Mein Lieblingsreiseziel ist zu Hause bei meiner Freundin. Hier. Wenn ich meinen Koffer packe, darf meine Cap nicht fehlen. Wenn ich meinen Koffer packe, darf auf jeden Fall die Zahnpasta und Zahnbürste nicht fehlen. Eine Sache. Zahnbürste. Bei dir? Kondom? Nein. Wenn ich meinen Koffer packe, darf nicht fehlen, ein Bild von meiner Freundin. Nein, stopp. Darf nicht fehlen. Vor allem das ist meine Ex-Freundin. Okay. Der redet doch von meiner Ex-Freundin. Der redet doch von meiner Ex-Freundin. Der redet doch von meiner Ex-Freundin. Ja. Ich hab eins. Wenn I met you in the summer. Tananananananananaananaanana. Ne Skies and Blue. Also drei Emojis für meinen Sommer sind auf jeden Fall, kennst du diese Wassertropfen, drei Stück? Dann einmal dieses Sekt anstoßen und ein Herz. Nein. Herz ist Lüge. Ey, komm, was sind deine drei Emojis für den Sommer, bitte jetzt? Dieser Vegetable da bei ihm. Herz, gebrochenes Herz, pssst, Herz, gebrochenes Herz, wieder Herz. Ja, das ist eine ganze Live-Story. Strand, Sonne und meine Ex-Freundin und Jassins Ex-Freundin. Ey, zum Thema Sommertipps, da ist der Max gerade total im Game. Was sind deine Sommertipps? Ja, gute Ernährung, schön braun sein und dann knappe Badehose. Nie eincremen. Wer ist der Erste, der Sonnenbrand bekommt? Was mit deiner Freundin? Die cremt mich dann ein. Äh, ich hätte gesagt Sonnenöl, ein kaltes Moon of Ice und eine Hotelkarte. Zu wo? Zu welchem Zimmer? Ja, das ist... Zu welchem Zimmer? Wie heißt sie denn? Herz. Herz im Ochi. Herz im Ochi. Herz im Ochi. thin in als 1970 von水 im Ochi. ançaff.